Hallo, hier ist Sonja und wir spielen eine weitere Folge des Scribblio. Hier könnt ihr noch die Zeichnung von letztem Mal. Wir fangen mit was Leichtem an. Okay. Es ist wirklich was sehr, sehr Leichtes. Easy, boy. Ja, weißt du, was sehr, sehr Leichtes ist, Tops. Easy. Ha? Weißt du nicht den Traktor, Flo? Der verackert gerade das Land. Der verackert gerade das Land. Ha? Okay. Flo, das benutzt du zum Schlagzeugspielen. Das benutzt du zum Schlagzeugspielen. Hast du vielleicht so eine Art? Das benutzt du zum Schlagzeugspielen, wo du das drauf haust. Was ist das denn? Zum Schlagzeugspielen, Flo. Florian. Apfelkirsche, Kirschen, Erdbeere, Lollipop, Kopfhörer. Okay. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Man kann ja erkennen, was das eigentlich so sein soll. Ja. Hä? Boah. Okay, das ist gemein. Was das hier da, was das zum Beispiel sein könnte. Ich bin zu gut. Ich will nicht, dass Flo schon wieder gewinnt. Das kann ja nicht angehen da. Ich kann man ihn zur Not nicht kicken. Ich bin, ich wirklich. Wenn nicht, kann man ihn zur Not auch kicken. Wenn nicht, kann man ihn auch kicken. Wenn mich kicken, dann trai ich nicht nach. Das ist lila. Das siehste kann man bei der letzten Runde machen, ne? Warum ist denn das lila? Keine Korallen? Ja. Ich bin doppelter Idiot. Oder? Hä? Warum sagt ihr denn Oktokloss ist Klaus? Ock? Was hab ich gemacht? Was hab ich falsch geschrieben? Oh, der ist cute. Okay, Oktokloss ist so und das Einbuchstaben ist falsch. Ock. Ronja. Ronja mit K. Ja, weil ich hatte es schon mal mit K. Und er hat gesagt, es ist falsch. Und da war ich irritiert. Pudding. Das? Pudding. Warte, warte. Top 700 Punkte schon. Ich weiß auch nicht. Ronja, warum? Oh, ich hasse dich. Ich weiß, wie so eine Schachfigur. Ronja, es ist das, was ich denke, was es ist. Weiß ich nicht. Was ist? Was denkst du denn, was es ist? Ronja, wenn es das ist, was ich denke, was es ist, dann werde ich nicht treten. Warte. Ist das eigentliche Wort schon da? Jetzt. Ernsthaft. Daumen hoch. Ernsthaft. Du hast schon mal drüber nachgedacht, dir so ein Schnauzer wachsen zu lassen? Irgendwann wird man den Schutzschall bekommen. Was wird denn da? Oh, jetzt kommt er runter. Das ist Tops, das ist Tops, das ist Tops. Das ist ein Engel. Das ist ein himmlischer Engel. Ich kann leider nicht tippen. Oh. Ich kann leider nicht tippen. Meine Tastatur. Oh, Heiligenscheiben. Jumal. Das ist klassische Heiligenscheiben. Okay. Florian. Was sauberst du uns denn heute Schönes? Ich will gar nicht mehr gewinnen. Ich will einfach nur viele Zeichnungen von Tops sehen. Muss ich sagen. Wieder. Das ist mal was Kreatives. Okay. Schön gemacht bis jetzt. Und jetzt? Was ist das? Das ist so ein, wo schon viele Sport gespielt wird. Okay. Und dann? Und dann gibt es da die Ronja. Oh nein. Oh nein. Oh! Was ist das? Boi! Was ist? Achso. Bin ich nicht. Ich will. Was ist denn? Nein! Nein! Jetzt hat Ronja den Ero gelesen. Ronja hat so'n Dude. Weißt du, die hat sich alle Stellen auf den Kopf kahl rasiert. Bis auf die einen Stelle. Okay, das ist free. Oh, boi. Mmm, boi. Mmm, boi. Easy, würde ich mir sagen. Ich habe, glaube ich, das Dreieck falsch rum gemalt, oder? Ja. Ich bin ein Idiot. Ja, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Aber der hat 2Bew gezeichnet. Ich wollte jetzt hier nicht für irgendwelche Symbolsachen geclaimed werden. Ja, das ist ein Zeichen für... Ah, nein! Ah, die 125 extra Punkte, das necke ich mir. Ja, 129 sind's. Dritter Fluss. Okay, Ronja hat verkar... Oh, okay, das kann Ronja nicht wissen. Ah, nein. Ist irgendein Marvel-Ding, locker, oder? Ist locker irgendein Marvel-Ding. Okay, tups, du musst... Das ist ein Marvel-Ding. Ich will, dass du gut nachdenkst. Was ist das? Warte, warte, warte. Ich versuche gerade, den zu machen. Tups, denk nach. Ich weiß, was das sein soll. Der hat einen Schnurrbart. Hä? Ich bin so confused. Tups, warte. Denk nach. Was ist denn das? Florian! Da wohnt er. Tups. Tups. Ich glaube an dich. Hä? Okay, das ist ein Typ. Und der hat hier so ein Ding. Was für Tups, das war eigentlich ein Free-Dings für dich. Ja. Warum hast du Hausmeister denn Free-Dings für Tups? Ja. Weil es in der Serie ein Hausmeister gibt mit dem pinken Schnurrbart. Und Tups, der eigentlich spielt. Da ist. Was sind denn das? Das sind alles schlechte Wörter. Okay. Das wird keiner von euch erraten. Was ist das? Das wird niemandem erraten, als es hässlich ist. Ach Ronja, ich dachte gerade, das ist mein Ding. Das ist mein Tups. Das dachten wir alle, weil es so hässlich ist. Was ist das denn? Ist das ein Helikopter? Okay, pass auf. Es gibt... Nein. Das ist ein Instrument, okay? Und das... Okay? Versteht ihr? Da hast du vielleicht so einen Bogen dazu. Ich weiß gar nicht, warum ich so eine dünne Linie habe. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß, was du meinst. Und dazu gibt's ein Lied, okay? Es gibt ein Lied. Das ist so für Kinder. Ah. Ja, das ist so ein Lied, das hat man früher. Das ist... Ja. Das sind... Das kenn ich nicht. Die haben noch Haare. Kennst du nicht... Drei Chinesen? Das soll ein Chinesen sein. Und das ist das Instrument. Und das sind... Drei Chinesen mit dem... Kontrabass. Kennst du das wirklich? Nö. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Saßen auf der Straße und erzählten sich was. Sehr schön. Da kam die Polizei und fragt, was ist denn das? Hä? Das kennst du nicht? Kennst du echt nicht? Nö. Ha. Okay, ich hab gedacht, das kennt man. Warte, 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 warte. Aber die anderen Sachen waren noch viel schlimmer, die ich hatte. Was? Haas! Ha... Okay. Was... Was ist das? Was? Tops! Ohne meine Frage. Was zur Hölle ist das? Das ist kein Labyrinth. Und ja, du verstehst das nicht. Da ist... Niemand. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? How am I is so good? Ich hab's Daumen hoch. Ich hab keine Ahnung. Ich wollte in den Krieg ziehen. Hier, da. Das Ding, was der auf dem Kopf hat, das hat ein Ding im Mittelalter. Ja, ich muss in den Krieg ziehen. Ja, der guckt so. Oh, verdammt, ich schon wieder. Blo, ich hab dich eingeholt. Oh, blauer Himmel. Schön. Hat was Idyllisches. Hä? Hä? Das sagt mir jetzt leider irgendwie so gar nichts. Oh mein Gott. Ich bin am Rollen gerade. Ich bin am Rollen. Schade, Tops. Ha! Der erster Platz wird mir gehören. Ich kann ihn noch holen. Es ist noch drin. Es ist noch alles drin. Ich lass mich mal den Win, damit ihr auch mal was vom Glück habt. Okay. Sehr großzügig. Es geht um den hier. Was ist das für einer? Oh, ich hab's doch geschrieben. Ah, da kriegt der Tops leider viele Punkte rein. Mhm. 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 Es ist nie Auspuff. Warum nimmt denn keiner Auspuff? Das ist schon eine Sauerei. Ah. Okay. Ne, jetzt kommt erst mal das Braunes von Tops. Danke, Flo. Wenn ich denn auch bei dir bin, kriegst du auch was Braunes von mir, ja? Was denn? Mann! Man kriegt als Zeichner echt wenig Punkte. Ist dir das mal aufgefallen? Äh. Es ist... Okay. Nacht. Oh, es ist auch keine Galaxie. Äh. Was ist das? Äh. Oh, da ist Tops! Oh, wie schön! Ja, die klappt. Der Helle. Och, guck mal wie süß! Er sitzt da und schaut in den Himmel, in die Sterne. Auf seinem kleinen Feld... Och, was ist das denn jetzt? Okay. Hat Tops Halluzination? Wo ist dies? Ja, das wird Tops wahrscheinlich killen. Äh. Guck, ich mach's sogar noch hier die Lichtreflektionen hier. Was ist das? Ähm. Das... Stürzt vom Himmel. Auf Tops. Was ist das? Tops ist falsch geschrieben. Zweimal. Dankeschön. Mann, wie macht man das denn richtig? Aster, Aster, Aster. Asterioid hast du geschrieben. Ja, ich war... Asterioid. Ja, lass mich. Okay, immerhin. Hey, du hast gewonnen. Ja, ich... Ich weiß, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Glück gemacht. Dann war's das auch für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Macht den Pudding mit Sahne. Ciao. In der Nase. Tops. 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 Tops.